hallo und herzlich willkommen zu diesem video da ich nun etwas zeit habe werde ich mal ein kleines update machen zu dem fall tiffany dover und was es da für neuigkeiten gibt bzw was sich ereignet hat was ich herausgefunden habe und da würde ich sagen fangen wir doch einfach mal an ich habe hier ein paar sachen bereitgestellt und zwar habe ich mir mal das profil von tiffany dover auf facebook etwas genauer angesehen also für die wo nicht wissen was wer oder was tiffany dover ist das ist die krankenschwester die sich im öffentlich-rechtlichen fernsehen ja den schuss geben lassen hat ich sage das jetzt bewusst so wegen der youtube zensur ich denke jeder weiß was damit gemeint ist den zaubertrank den sie ja als ultimative lösung gegen das see gerade anpreisen ja den hat sie sich geben lassen vor laufender kamera und danach ist sie ein paar minuten oder sekunden später bei einem interview zusammengebrochen ihr kreislauf hat nachgegeben oder was auch immer die ursache war sie hat dann behauptet dass diese dieser zusammenbruch nichts neues war dass sie das schon öfters hatte wenn sie schmerzen empfindet oder nach dem impfen so ähnlich hat sie sich ausgedrückt da gab es ein video dass ich aber nicht mehr finde es entweder gelöscht wurde oder sehr schwer zu finden ist in diesem video hat sie dies angeblich gesagt und das haben einige zeitungen davon berichtet dass sie das eben schon öfters hatte danach ging gerüchte rum dass sie zehn stunden andere sagen acht stunden nach diesem schuss verstorben wäre und dass der schuss die ursache gewesen wäre für ihren tod das ist aber öffentlich nicht bestätigt dass sie gestorben ist und ich denke auch das wird nicht bestätigt werden selbst wenn es so wäre denke ich nicht dass die öffentlich-rechtlichen medien davon berichten denn es würde ein negatives licht auf den sauberdrang sage ich jetzt mal werfen und den sauberdrang für mehr unbedingt an die menschen bringen und das wäre ja ein sehr schlechtes image eine sehr schlechte promotion wenn eben herauskommen wurde dass das die ursache ihres angeblichen todes gewesen ist gut so zur kurzfassung mal ich habe mich jetzt wie gesagt intensiver damit befasst es gibt auch einen ersten teil davon den werde ich am ende des videos verlinken den könnt ihr auf meinem kanal anschauen oder einfach so auf meinen kanal gehen auf videos und dann könnt ihr den ersten teil anschauen damit ihr da vielleicht etwas besser mitkommt mit dem von dem was ich jetzt hier rede damit ihr das besser nachvollziehen könnt ich habe wie gesagt das profil von ihr etwas genauer angeschaut und habe gesehen dass sie angeblich und das muss man ja immer in frage stellen denn nur weil sich jemand christ nennt bedeutet es nicht automatisch dass er auch christ ist denn es kommt darauf an wie man sein glauben auslebt deswegen steht in der bibel auch drin an ihren früchten werdet ihr sie erkennen also quasi an dem wie man quasi lebt soll man erkennen ob jemand christ ist oder nicht also ob man die menschen mit respekt behandelt mit liebe ob man nächsten liebe auslebt all diese themen all diese punkte sind zum beispiel ein indiz woran man erkennen kann ob jemand wirklich sein glauben ernst nimmt oder nicht und hier haben wir zum beispiel einen bibelferst den lese ich euch mal vor der heißt auf deutsch übersetzt so viel wie ich kann alles durch christus der mir kraft gibt das heißt sie scheint zumindest christlich angehaucht zu sein generell in amerika sind ja viele menschen ehrgläubig als in deutschland inwiefern sie ihren glauben jetzt ernst nimmt oder genommen hat ich weiß nicht wenn sie noch lebt dann trifft es eher darauf zu wie ernst sie ihren glauben nimmt wenn sie nicht mehr lebt dann wie ernst sie ihn genommen hat das kann ich hier definitiv nicht sagen jedenfalls ist es schon mal ein indiz das nicht jeder machen würde ja einfach hier ein bibelferst rein zu posten und über den glauben zu schreiben was zumindest erahnen lässt dass der glaube zumindest einen ja nicht gerade niedrigen stellenwert in ihrem leben hatte genauso habe ich das auch herausgefunden bei anderen familienmitgliedern zum beispiel bei austin dover der hier auf instagram geschrieben hat römer 10 9 ist es glaube also auch im bibelfers ja und hier schreibt der christian also christ und preacher prediger wahrscheinlich ist an irgendeiner gemeinde prediger wahrscheinlich in irgendeiner baptisten gemeinde vermute ich jetzt mal weil nämlich auf facebook seine frau die rebecca dover hier geschrieben hat breaches weif also prediger frau dann safe bike race also gerettet gerettet durch gnade und breaches weif wie gesagt wahrscheinlich die anspielung dass sie die frau eines predigers prediger ist und wenn man hier profil mal durchschaut dann hat sie zum teil hier donald trump zum beispiel geliked also beide der der austin dover und die ja die rebecca dover scheinen trump anhänger zu sein und haben sich auch über beiden lustig gemacht da kommen wir nachher noch dazu hier hat sie zum beispiel geliked die victoria baptist church hier weiter oben hat sie geliked die new life baptist church und hier unten hat sie noch mal eine gemeinde geliked die winz app free will baptist church hier hat sie die five forks baptist church geliked ja also der glauben scheint bei ihr auch eine größere rolle zu spielen hier die red redemption oder redemption baptist church dann hat sie noch geliked die new life baptist church die christian baptist church dann hat sie geliked die red hill community church dann die concord baptist church die rock rockwood community baptist church und mt werner independent missionary baptist church die new hope independent baptist church dann hat sie noch mal hier donald trump geliked und mike pence dann die lanterna road baptist church dann die lanterna road baptist church die claverie baptist church die claverie baptist church immer emmanuel baptist church die aloe baptist church und so weiter dann kommt hier noch die mercy baptist church und die mercy baptist church und die mieter creek baptist church griechische glaube baptist gemeinde und die bible baptist church da sie so viel mit baptisten geliked hat denke ich mal dass beide also sowohl der austendorfer als auch die rebecca dover der baptistengemeinde angehören oder einer baptistengemeinde und da wird wahrscheinlich ja der austin ja ein prediger sein ein pastor der dort redet ich habe jetzt auch mal in youtube gesucht ob es vielleicht predigten von ihm gibt aber habe da erst mal nichts gefunden da müsste ich jetzt mal die ganzen einzelnen gemeinden die sie da geliked hat durchgehen und gucken ob er da irgendwo predigt jedenfalls scheint er ein pastor zu sein und wie man hier sieht macht er sich über joe biden lustig und hat ein lied geliked was halt ja die demenz sagen wir jetzt mal oder die vergesslichkeit von joe biden etwas auf die schippe nimmt ein cover lied das hat er hier hochgeladen und gesagt dass es ein neuer favoriten song ist beziehungsweise es hat der taylor medina gesagt von dem erst geteilt hat hier sehen wir dass er gepostet hat dass tiffany dover angeblich am leben ist und alles in ordnung ist hier hat er von donald trump die weihnachtsrede gehalten die er damals gemacht hat letztes jahr und eben die bilder von der angeblichen familienfeier wo auch tiffany angeblich anwesend war und man damit signalisieren wollte dass sie lebt und dass es ihr gut geht nun dann schauen wir mal was die bibel zum thema lügen sagt und deswegen hoffe ich auch für diesen aus den dover und für die rebecca dover und auch für alle anderen familienmitglieder die da etwas mit dem glauben zu tun haben dass sie da ihren glauben ernst nehmen denn der bibel steht drin in meinem haus also in gotteshaus sollen soll nicht wohnen wer trügt also wer betrügt wer andere verarscht wer lügen redet soll nicht bestehen vor meinen augen also wer lügt soll nicht vor gottes augen bestehen sondern lüge ist auch eine sünde wir sollen nicht lügen wenn wir gelogen haben sollen wir zu jesus gehen und um vergebung bitten weil er für unsere sünden gestorben ist am kreuz deswegen hoffe ich mal dass er seinen glauben ernst nimmt und auch seine frau und es tatsächlich stimmt dass tiffany dover noch am leben ist denn ansonsten würden sie hier bewusst lügen und ich sag mal in der bibel steht drin jede sünde trennt von gott aber es ist halt nochmals ein ganz anderes kaliber ob ich jetzt eine ausrede finde wenn ich nach hause kommen und zu meiner mutter sagt ja ich war noch draußen ich ich keine ahnung ich habe da irgendwas verloren und musste das suchen deswegen bin ich so spät nach hause gekommen ob ihr da irgendeine ausrede erfindet damit eure mutter nicht sauer ist oder ob ihr hier den tod einer person verheimlicht sage ich jetzt mal und dann sagt sie ist noch am leben obwohl sie gestorben ist also das wäre natürlich eine viel viel größere lüge im endeffekt trennt jede sünde von gott das heißt auch einfach eine ausrede vor der mutter empfinden damit sie nicht erfinden damit sie nicht sauer ist ist genauso eine sünde die von gott trennt aber ich denke ihr wisst was ich meine ist noch mal ganz anderes kaliber hier einfach ja hier einfach zu sagen jemand ist noch am leben der gestorben ist und es der öffentlichkeit so preiszugeben damit jeder hier ja eine lüge glaubt deswegen hoffe ich dass er die wahrheit gesagt hat indem er geschrieben hat dass sie noch am leben ist es hat übrigens auch die ember beziehungsweise die die rebecca gepostet moment es hat auch die rebecca gepostet und zwar hier tiffany ist doing great tiffany geht es gut for all you karens out there saying different read the artikel was karens bedeutet weiß ich nicht also für alle die hier da draußen was anderes behaupten die sollen den artikel hier lesen ja viele machen sich halt lustig weil sie glauben dass sie gestorben wäre ja also das habe ich jetzt mal rausgefunden dass die familie zum teil zumindest zumindest christlich angehaucht ist was auch bei der olivia so ist denn sie hat hier geschrieben einmal christian ich bin eine christin hat sie auf ihrem persönlichen auf ihrem persönlichen instagram profil geschrieben auch die rebecca wie gesagt hier auch auf instagram saved by grace und austens little wife also austens kleine frau und der austin selber hat er auch bibelferse gepostet wie man zum beispiel hier sieht beziehungsweise biblische botschaften wie zum beispiel hier also sie scheinen zumindest etwas mit dem glauben zu tun haben inwiefern sie ernst nehmen wie gesagt das kann ich hier nicht beurteilen ich kenne das familie die familienverhältnisse nicht von denen und wie sie da privat zu leben kann ich jetzt auch nicht sagen aber zumindest scheint sie da ja etwas vom glauben zu wissen und dann hoffe ich auch dass sie wissen was die bibel über lügen sagt ich habe dann auch mal geschaut in facebook was geliked wurde denn ich habe mir gedacht okay vielleicht gibt es ja die möglichkeit dass tiffany tatsächlich lebt und einfach keinen bock hat irgendwas zu posten oder irgendwie da wieder neue wellen zu schlagen dass sie einfach sich zurückzieht aber trotzdem noch ihr facebook und instagram profil nutzt und beiträge von familienmitgliedern leicht und da habe ich wirklich anhand von diesem screenshot der vor einigen tagen im internet kursiert ist wo man die freunde von tiffany dover sehen kann habe ich jeden einzelnen freund der dort genannt ist in facebook gesucht habe sein profil aufgemacht und geschaut welcher beitrag nach dem 12 beziehungsweise 14 dezember gepostet wurde seitdem gibt es ja kein lebenszeichen mehr auf instagram und auf facebook von tiffany dover und habe ich einfach mal geschaut und geguckt einfach wer dort vielleicht etwas gepostet hat nach dieser zeit was tiffany geliked hat ich habe da aber nichts gefunden was sie geliked hat alles was sie geliked hat auf den profilen war vor dem schuss und nach dem schuss hat sie nichts mehr geliked gar nichts mehr da habe ich wirklich jedes einzelne profil das ich hier gefunden habe habe ich durchgesucht und die öffentlichen beiträge oder auch die fotos die hochgeladen wurden angeschaut ob da irgendwas von tiffany geliked wurde und ich kann sagen da wurde nichts geliked die frage ist halt auch wer hat ihr facebook profil verwendet und da gibt es natürlich auch verschiedene methoden oder theorien entweder ihr mann wusste ihr passwort was nicht ungewöhnlich ist es gibt familien wo ja der ehepartner das passwort von ja von der ehepartnerin weiß das gibt es definitiv ich selber kenne ein ehepaar das lange verheiratet ist die sogar gemeinsam ein facebook profil benutzen der wo sie gemeinsam sich einloggen gemeinsam ja darüber mit leuten schreiben also von dem her möglich ist alles auch die möglichkeit besteht dass hier der ehemann von tiffany dover sich eingeloggt hat und eben die freundesliste die vorher auf öffentlich gestanden ist auf privat gestellt hat denn nun ist die freundesliste bei tiffany definitiv auf privat gestellt was wir auch sehen wenn wir auf freunde klicken dann kommt keine freunde vorhanden entweder der screenshot den ich euch gezeigt habe stammt von einem facebook freund von tiffany damit ihr befreundet war dass sie quasi eingestellt hat dass nur freunde die freundesliste sehen können dass die eine methode oder die eine möglichkeit die andere möglichkeit ist dass sie ihr facebook profil auf privat gestellt hat beziehungsweise ihre freundesliste dann muss aber jemand sich in ihr profil eingeloggt haben entweder sie selber da sie noch lebt oder ihr partner wenn sie nicht mehr lebt und muss die freundesliste auf privat gestellt haben also irgendjemand muss dann da etwas gemacht haben jedenfalls ist es sehr seltsam was auch noch seltsam ist ist dass ich tiffany dover ein fa gestellt habe das bis heute nicht akzeptiert aber auch nicht abgelehnt wurde als aber ihr profil vor einigen tagen für ein bis zwei tage deaktiviert war habe ich ja auch schon eine freundschaftsanfrage geschickt und die war nach dem wieder aktivieren des profiles weg das heißt entweder hat sie diese freundschaftsanfrage abgelehnt das heißt es muss jemandem profil aktiv gewesen sein oder da kenne ich mich jetzt leider zu wenig aus es besteht auch die möglichkeit dass durch dieses deaktivieren des kontos vielleicht nach einer gewissen zeit automatisch alle freundschaftsanfragen gelöscht werden und beim reaktivieren dann quasi die freundschaftsanfragen weg sind ohne dass irgendjemand was eine profil ablehnen konnte oder musste die option besteht natürlich auch da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus vielleicht weiß jemand von euch bescheid der sein konto schon ein paar tage deaktiviert hatte ob danach alle freundschaftsanfragen weg sind kann ich so nicht sagen dann gehen wir zum nächsten thema und zwar zu der frisur von tiffany denn es gab ja das das video von dem memorial hospital was wir hier sehen wo das datum draufsteht der 21 12 20 mit dem sie beweisen wollten dass tiffany noch am leben ist und es ihr gut geht warum man dann tiffany maskiert lässt ist natürlich die andere frage denn vor keinem polizeirevier vor keinem richter wurde das bestand halten oder bestand haben wenn man sagte ich dass hinter dieser maske verbirgt sich tiffany dann würde jeder sagen ja hast du auch ein bild ohne maske wir können ja anhand von dem bild jetzt nicht 100 prozent sagen dass das tiffany ist also wenn man hier wirklich der menschheit die sorgen nehmen wollte dass mit ihr etwas passiert ist nach dem schuss dann meiner ansicht nach dann sollte man die maske runternehmen ich meine in amerika meines wissens nach ist die maskenpflicht generell nicht so stark wie in deutschland weil donald trump damals gesagt hat solange er am amt ist wird er keine verpflichtende maskenpflicht einführen sondern ist alles freiwillig und ja dann ist es seltsam dass alle hier eine maske tragen und tiffany auch wenn man belegen will dass tiffany noch lebt dann hätte man zumindest sagen können hey alle anderen tragen eine maske da kann sowieso nichts passieren du machst ganz kurz deine maske runter lächelst in die kamera und zeigt damit hey guck ich bin es ich lebe aber durch die maske werden halt nur weitere verschwörungstheorien geschürt durch die maske werden weitere spekulationen geschürt gibt es weitere skeptiker weil man eben nicht genau erkennen kann dass es tiffany ist was es mit den haaren auf sich hat mit dem scheitel da sehen wir hier zum beispiel dass ihr scheitel in der mitte ist was für tiffany ungewöhnlich ist da sie in letzter zeit hauptsächlich die den scheitel auf der rechten seite getragen hat und auch da sehen wir ein bild davon nämlich da wo sie den schuss bekommen hat sehen wir dass sie den scheitel auf der rechten seite hat genau hier aber das ist kein problem das liegt daran wie man die haare hin kämmt auch da habe ich mich erkundigt weil ich es im ersten video noch gesagt habe dass es seltsam ist das ist definitiv möglich und es gibt auch ein foto von tiffany dover dass ich euch auch kurz zeigen werde moment es gibt auch ein foto von tiffany dover nämlich dieses hier von 2016 wo man sie sieht dass der scheitel genau hier in der mitte ist genauso wie er auch in dem krankenhaus video ist und wir schauen uns mal das krankenhaus video an das war das war hier das schauen wir uns auch kurz an und da sehen wir auch den scheitel in der mitte ähm dennoch gibt es hier die gerüchte dass sich darum wahrscheinlich oder dabei wahrscheinlich um äh ember lynn handelt die angeblich auch im selben krankenhaus arbeitet und die mit tiffany befreundet waren auch da gibt es fotos hier sehen wir einmal diese ember lynn und hier tiffany wie sie gemeinsam auf dem foto sind hier sehen wir nochmals die ember lynn und hier gibt es eine fotokollage ähm wo jemand behauptet dass unter dieser maske ember ist und nicht tiffany hier sehen wir tiffany hier sehen wir tiffany hier sehen wir ember hier sehen wir nochmals ember und hier sehen wir ein großes foto von dieser ember und wenn wir jetzt mal schauen wie die lacht mit den falten hier das heißt sie müssen ziemlich tiefes lachen haben sage ich mal und wenn man dann schaut wie die dame in dem video lacht also ein herzliches lachen meine ich jetzt wenn man dann schaut wie die dame in dem video lacht was wir uns noch mal kurz anschauen achten wir mal darauf hier lacht sie und ihr körper wackelt ganz am anfang hat sie kurz gelacht und auch die maske hat sich dabei bewegt das könnte das zeichen sein für dieses breite lächeln achtet mal darauf wenn sie jetzt ins bild kommt hier hat sie kurz gelacht ähm und auch wenn man mal die augen partien anschauen hier und die augenbrauen und das dann vergleichen mit dieser ember wo war das foto mit der ember moment wenn wir das vergleichen mit der ember dann sind da schon gewisse ähnlichkeiten da wenn man bedenkt dass sie hier die augen ziemlich stark geschminkt hat und die augen eher schlitz formig sind und eher ja länglich sage ich jetzt mal ähm und wenn man das dann vergleicht mit dem mit der aufnahme das machen wir einfach mal beheben das einfach mal nebeneinander wenn man das vergleicht mit diesem foto hier beziehungsweise mit dem video dann ist das schon eine gewisse ähnlichkeit vorhanden man muss sich einfach die schminke hier weg denken um die augen dann sind hier noch schlechtere lichtverhältnisse es ist eine ähnlichkeit vorhanden deswegen wie gesagt warum lässt man jemanden wo man beweisen will dass alles in ordnung ist dass sie lebt warum lässt man so jemanden dann nicht in dem krankenhaus ganz kurz die maske abnehmen korona jetzt hin oder her man kann ganz kurz die maske abnehmen sein gesicht zeigen und damit der menschheit zeigen guck mal es bin definitiv ich und mir geht es gut so gibt es eben immer noch eine ähnlichkeit zwischen den beiden ich würde dennoch nicht hundertprozentig sagen dass das in dem video die emberlin ist denn ja es könnte genauso auch die tiffany sein also es ist kein endgültiger beweis auch was die leute behaupten dass sie einige pfund zugenommen hat bei dieser aufnahme und dass man innerhalb von drei tagen oder von ein paar tagen nicht so viel pfund zu legen kann das ist ebenfalls eine falsche verschwörungstheorie denn tiffany war immer nicht die schlankeste und damit will ich jetzt nicht sagen dass sie dick war ich finde sie attraktiv und es wäre jetzt auch keine frau wo ich sagen würde wenn ich mich wenn ich mit der harmonisieren mit der könnte ich keine beziehung führen denn wie gesagt ich finde sie attraktiv ich finde sie schön aber wenn wir jetzt einfach mal die körperproportionen anschauen dann täuscht es hier erstmal weil sie nämlich eine ärztekutte an hat beziehungsweise eine krankenschwesterkutte die generell die figur nicht so betont dann hat sie noch ein eng anliegendes t-shirt oder wie kann man das bei den frauen nennt an und hat die jeans noch über den bauchnabel fast gezogen also so eine high waist jeans denke ich jetzt mal mehr oder weniger was sowieso bei den meisten frauen eher die frauen korpulent wirken lässt als schlank weshalb ich diesen trend auch nicht verstehe aber das müssen die frauen verstehen ist nicht mein ding dennoch wirkt sie da dadurch eher korpulent obwohl sie gar nicht so korpulent ist wenn wir jetzt aber mal alte fotos von ihr anschauen oder generell fotos auf ihrem facebook anschauen dann sehen wir eben dass sie schon immer so eine figur hatte wie wir hier zum beispiel sehen kräftige oberschenkel also nicht wirklich jetzt eine frau die bloß aus haut und knochen besteht wie die meisten models ja also sie war meiner ansicht nach in dem krankenhaus video nicht dünner als sie es dann als sie es dann ich meine in dem krankenhaus video nicht dicker als sie es bei dem video mit dem schuss war den sie sich öffentlich geben lassen hat denn da hat sie eine blaue ärztekutte angehabt krankenschwester kutte und die betont ja auch nicht wirklich die figur mal schauen ob wir noch ein pausables bild finden hier zum beispiel mit ihrem mann also wir sehen dass sie ja also meine meine ansicht nach in dem krankenhaus video dort in dem video das das krankenhaus veröffentlicht hat ist sie meiner ansicht nach nicht wirklich dicker sie hat dieselbe figur sie hat nur eventuell unpassende kleidung an ähm ja also auch hier wieder eine falsche finte ähm wo einfach leute viel zu viele hinein interpretieren dann gehen wir mal weiter ähm zum nächsten thema und zwar das video von mythen akte bei einem ziemlich großen youtuber mit äh 476.000 abonnenten der hauptsächlich videos macht über mysteriöse dinge geistererscheinungen äh alles mögliche und auch da sind ja sachen dabei die nicht 100 prozent die nicht 100 prozent der wahrheit entsprechen das bedeutet auch bei den äh videos die er macht wo er geschichten erzählt ähm was leute angeblich erlebt haben auch da ist ja nicht nachgeprüft dass es tatsächlich so geschehen ist und dennoch sind die videos online und werden nicht gestriked aber er hat auch ein video gemacht zu tiffany dover und das wurde von youtube gelöscht weil es angeblich nicht den youtube richtlinien entspricht und gegen die äh who ähm regeln des c punkt 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 äh ja weil es gegen diese regeln geht und deswegen wurde das video gelöscht er hat eine beschwerde eingereicht äh meines wissens nach und äh das video blieb trotzdem gelöscht es wurde nicht nochmals hochgeladen oder freigegeben von youtube sondern es blieb gelöscht und jetzt kommen wir hier zu dem aberwitzigen äh dieser mythen akte das video könnt ihr übrigens hier anschauen indem ihr auf odyssee geht und diesen titel hier eingibt dann könnt ihr das video sehen er hat in dem ganzen video kein einziges mal gesagt dass er davon überzeugt ist dass sie gestorben ist er hat nur fragen gestellt warum ist ihr instagram profil inaktiv warum postet sie nichts auf facebook warum gibt es kein lebenszeichen von ihr er hat aber auch am ende mit einer äh mit einer angeblichen freundin geschrieben von tiffany die angeblich im selben krankenhaus arbeitet und hat äh der fragen gestellt ähm ja ob tiffany noch lebt und wie es ihr geht und ähm diese dame hat ihm nicht erlaubt dieses gespräch zu veröffentlichen was er seltsam fand und ich auch denn mit die wenn sie das gespräch veröffentlicht hätten oder wenn sie erlaubt hätte das gespräch zu veröffentlichen hätte sie ja viele sage ich jetzt mal theorien zerstören können die da draußen aktiv sind aber sie hat nicht erlaubt dass man ihren namen zeigt sie hat nicht mal erlaubt dass man den namen zensiert und nur den text zeigt deswegen konnte er in den screenshots nur seine nachrichten zeigen aber nicht die antworten von ähm dieser angeblichen freundin und was auch seltsam ist dass die angebliche freundin gesagt hat ähm sie überlegt sich ihr facebook profil zu löschen warum muss sie ihr facebook profil löschen was hat sie zu befürchten äh all das ist für mich sehr komisch und deswegen äh würde ich hier eher darauf tendieren dass das einfach ein fake ist und dass irgendeine person ist ähm die sich wichtig machen will die da mit ihm kontakt aufgenommen hat die halt irgendwie übers internet ein paar informationen zusammengesucht hat und jetzt sich halt als freundin ausgeben möchte und angst hat dass man sie entlauft dass sie gar keine freundin ist so klingt das für mich eher ähm oder diese dame hat irgendwas zu verheimlichen und will deswegen ihr profil löschen aber ansonsten warum sollte jemand sein profil löschen wenn er nichts zu befürchten hat und wenn alles in ordnung ist ähm das video wurde wie gesagt gelöscht und nicht mehr erlaubt hochzuladen im gegenzug dazu hat aber der youtuber met in germany ein video gemacht den teil 3 wo er die kirche angeschrieben hat von tiffany und wo er einen anruf ähm wo er einen anruf gezeigt im krankenhaus ähm und hat am ende vom video behauptet tiffany ist tot und deswegen hören wir nichts mehr von ihr als alles als fakt hingestellt dass sie tot ist sein video wurde auch von youtube fünf tage lang oder zwei oder drei tage ich weiß nicht mehr genau jedenfalls wurde das video gelöscht von youtube wegen urheberrecht urheberrecht beziehungsweise weiß gegen die richtlinien verstößt und er hat beschwerde eingereicht und youtube hat gesagt nach nochmaliger prüfung sind wir tatsächlich zum entschluss gekommen dass ihr video nicht gegen die community richtlinien verstößt und es ist damit wieder online wenn youtube gegen verschwörungstheorien vorgehen möchte warum wird dann ein video online gelassen wo am ende behauptet wird sie ist tot und ein video wo nie behauptet wird dass sie tot ist wo einfach nur fragen gestellt werden und das video war in meinen augen von mythenakte sogar ziemlich ziemlich harmlos warum dieses video dann gelöscht wird und nicht wieder erlaubt wird ja öffentlich zu stellen das verstehe ich nicht das ist einfach für mich nicht nachvollziehbar und einfach total in den haaren herbeigezogen ja diesen anruf in dem ch i memorial hospital wo ein englisch sprechender typ gemacht hat der sich als journalist ausgibt aber tatsächlich journalist ist weiß ich nicht das interview könnt ihr euch auf englisch hier anschauen in dem in youtube einfach diesen titel eingibt da sieht man das telefonat mit einem mitarbeiter des krankenhauses und auf die frage ob tiffany noch lebt kann er keine endgültige antwort geben und auch das ist sehr seltsam ich meine natürlich kann man verstehen dass das krankenhaus kein bock hat bei so vielen leuten die da anrufen ja dass sie die leute mit tiffany reden lassen und deswegen verweist das krankenhaus auch auf die webseite von ihnen dass man da informationen über tiffany bekommen wurde aber auf die frage ob sie noch lebt ob er sagen könnte dass sie lebt gibt ja keine antwort und das ist halt echt seltsam wenn er davon überzeugt ist dass sie noch lebt dann könnte er doch einfach sagen ja sie lebt noch alles in ordnung und es hat auch sehr seltsam wie gesagt das telefonat könnt ihr euch hier anschauen dann der youtuber matt in germany hat auch noch das krankenhaus kontaktiert beziehungsweise die kirche kontaktiert denn er hat erfahren dass tiffany angeblich heimlich in einer kleinen familienzeremonie beigesetzt wurde und dass das bei dieser kirche geschehen ist beziehungsweise bei diesem friedhof und er hat woher auch immer die informationen hat aber er hat angeblich die adresse von tiffany hat er behauptet in dem video und hat einfach mal die kirche gesucht und er hat die kirche gefunden und hat diese kirche eben dann angeschrieben und hat sie gefragt ja was mit tiffany ist hat ein foto von ihr geschickt und ob sie bestätigen können dass diese dame hier beerdigt würde und es kam aber keine antwort von der kirche sondern es wurde gelesen aber nicht geantwortet und auch das ist eine seltsame reaktion von der kirche aber dennoch auch eine nachvollziehbare aktion denn wahrscheinlich ist ja er nicht der einzigste der diese kirche angeschrieben hat und die haben ja auch nicht den ganzen tag zeit irgendwelche fragen von leuten zu beantworten die nach tiffany dover fragen von dem her ist es gar nicht mal so abwegig dass diese nachricht gelesen wurde sie muss nicht mal wirklich gelesen worden sein um in facebook anzeigen zu lassen dass die nachricht gelesen wurde reicht es wenn man bei neuen nachrichten auf die nachricht ganz kurz klickt und sie danach wieder schließt dann ist automatisch angezeigt dass die nachricht gelesen wurde also kann auch sein die kirche hat nur das angeklickt damit die meldung weg ist dass eine neue nachricht da ist hat es gar nicht gelesen sondern nachricht gleich gelöscht von dem her wahrscheinlich haben sie deshalb auch nicht geantwortet jedenfalls dennoch ein seltsames verhalten dass hier keiner irgendwelche genaue informationen geben kann vor allem das verhalten von tiffany ist seltsam und das ist das was am meisten mir zu denken gibt denn sie wollte ja eigentlich mit ihrem öffentlichen auftritt denke ich zumindest mal werbung für den schuss machen dann ist sie kollabiert ihr kreislauf ist zusammengebrochen und jetzt muss sie doch normalerweise damit rechnen dass die leute sich sorgen machen ob mit ihr alles in ordnung ist ob es noch irgendwelche nebenwirkungen gab was später geschehen ist wenn sie wirklich werbung für den schuss machen wollte dann ist ihr verhalten sehr sehr seltsam denn wenn ich werbung für sowas machen will dann muss ich danach dann muss ich danach wenn mir sowas passiert ist mich auch öffentlich melden in instagram oder facebook weil ja da die leute sie überstürmen mit nachrichten da muss ich mich ja da melden und sagen hey leute macht euch keine sorgen mir geht's gut alles in ordnung ich habe keine nebenwirkungen es sind keine nebenwirkungen aufgetreten damit eben die werbung für den schuss aufrecht bleibt denn mit dem verhalten was sie gerade an den tag legt und mit der skepsis der ganzen leute die fragen ob alles mit ihr in ordnung ist macht es ja eher negative werbung für den schuss versteht ihr was ich meine dann macht sie eher negative werbung und handelt dann gegen ihr eigentliches vorhaben und das ist äußerst seltsam und das ist auch ein grund warum viele spekulieren dass sie nicht mehr am leben ist denn es gibt kein lebenszeichen von ihr das nächste was ihr euch fragen solltet wo jeder sich selber fragen sollte ist wenn ihr auf der arbeit einen arbeitsunfall habt und nach hause geht und leute sich sorgen machen weil sie irgendeinen videoclip davon im internet gesehen haben und euch kontaktieren und sagen hey ist alles in ordnung mit dir der unfall war wirklich schrecklich geht es dir gut und kein lebenszeichen ihr von euch gibt dann ist doch logisch dass die leute sich gedanken machen ob ihr tatsächlich noch lebt oder ob ihr an den folgen des schweren unfalls verstorben seid und dann ist das verhalten von tiffany noch seltsamer denn jeder von euch der so einen arbeitsunfall hatte und menschen sich sorgen machen würde sich selber in facebook melden oder auf instagram melden und sagen leute alles in ordnung und würde nicht das krankenhaus anrufen und dem krankenhaus sagen hey sagt bitte bescheid dass mir gut geht ich will meine ruhe haben sondern wenn du deine ruhe haben willst dann machst du das doch auf instagram oder auf facebook und schreibst den leuten da hey lasst mich in ruhe alles in ordnung mir geht es gut ich habe keine probleme alles bestens ich bin gesundheitlich perfekt das ist doch die eigentliche logische reaktion oder nicht und nicht dass man den arbeitskollegen an den arbeitgeber anschreibt und sagt hey bitte richt aus dass mir gut geht das doch völlig an den haaren herbeigezogen jetzt muss ich aber noch dazu sagen dass das verhalten von tiffany wenn sie noch lebt seltsam ist aber nicht ungewöhnlich denn ich habe mich lange mit psychischen erkrankungen beschäftigt und war auch in diversen foren was das betrifft und in diversen facebook gruppen und es gibt tatsächlich menschen die sobald sie zu viel belastung haben die da auf distanz gehen also die zum beispiel sagen wo das wird mir alles zu viel ich melde mich jetzt gar nicht mehr und ist natürlich auch eine option dass sie einfach sagt okay das ist so viel arbeit und die ganzen leute schreiben mich an ich weiß gar nicht mehr was ich tun soll ich gehe jetzt einfach gar nicht mehr an facebook oder instagram oder ich melde mich einfach gar nicht mehr dass sie einfach quasi auf distanz geht und sagt nö ich habe keinen bock auf das ganze zeug ist zwar ein verhalten was die wenigsten an den tag legen würden aber es ist ein verhalten das es definitiv gibt weil es auch menschen gibt die solche psychische erkrankungen haben ohne das jetzt beleidigen zu meinen die einfach eine belastungsstörung haben die sagen boah das ist mir zu viel und das wird mir zu viel und ich gehe jetzt auf distanz dennoch ist es seltsam weil es eben gegen den schuss geht und sie wollte diesen schuss promoten sie wollte werbung machen hey leute schaut mal der schuss ist nicht so gefährlich ich lasse mich sogar öffentlich im fernsehen lasse ich mir den schuss geben und jetzt nachdem sie den schuss bekommen hat und zusammengebrochen ist und die leute sich sorgen machen meldet sie sich nicht mehr total total unlogisch wenn ich werbung für den schuss machen wollte und zusammenbreche und mir schlecht geht und die leute sich sorgen machen und ich melde mich nicht dann mache ich schlechte promotion für den schuss versteht ihr was ich meine und dann ist es gegen ihr eigentliches vorhaben dass sie den schuss promoten wollte also müsste sie sich eigentlich von selber melden und sagen wenn es ihr gut geht und auf facebook und instagram sagen hey alles in ordnung mir geht's gut hier ist ein kurzes video wir haben den einundzwanzigsten was weiß ich was wir haben den sechzehnten ersten alles in ordnung macht euch keine sorgen aber das geschieht eben nicht und das ist das seltsame ihr instagram profil ist still auch das ihrer tochter ist still da wurde nichts mehr gepostet da habe ich auch mal geschaut ob die tochter vielleicht was gepostet hat weil sie hat eigentlich fast jedes foto das ihre tochter gepostet hat fast jedes foto hat sie geliked ein paar wenige hat sie nicht geliked aber die meisten hat sie geliked und dann wäre ja die möglichkeit dass die tochter ein neues foto hochlädt und die mutter das foto liked und man somit sieht hey irgendjemand ist zumindest in ihrem profil aktiv oder sie lebt noch und ihr geht es gut aber auch bei ihrer tochter kein neues posting auch bei den anderen familienmitgliedern wurde nichts geliked auch hier kein like von tiffany bei diesem paar foto gibt es aber ein like von tiffany und es ist vom dritten september hier muss man aber auch dazu sagen dass sie nicht jedes einzelne foto geliked hat es gibt auch fünf bis sechs fotos oder sogar mehr die sie gar nicht geliked hat inzwischen drin like sie mal wieder ein foto also auch in der vergangenheit hat sie hier nicht im vergleich zu ihrer tochter hat sie hier nicht jedes einzelne foto geliked bei ihrer tochter sind es nur ganz wenige fotos die sie nicht geliked hat aber hier sind eher selten fotos die sie liked auch dass den dover hat keine beiträge obwohl ich ihm folge rebecca auch hier wurde nichts geliked bei der frau von austin dover auch hier wurde keine wurden keine neuen fotos geliked von tiffany also auch hier kein lebenszeichen so nach dem motto hey ich habe einfach kein bock auf das ganze zeug aber ich like trotzdem weiter fotos meiner meiner verwandten auch seltsam dass sie selber kein foto von der angeblichen weihnachtsreise gemacht hat wo sie familienmitglieder besucht hat einige familienmitglieder laden fotos hoch sie lädt aber keins hoch obwohl sie instagram eigentlich regelmäßig genutzt hat so alle zwei bis sechs tage hat sie eigentlich in der regel ein foto hochgeladen von sich aber auch da auf dem profil von tiffany einfach keine aktivität was aber passiert ist bei tiffany und das schauen wir uns kurz an moment was aber bei tiffany geschehen ist ist dass sie früher 931 abonniert hat und jetzt 932 menschen abonniert hat das hier sind die leute die 49k sind die leute die sie abonniert haben und die 932 abonnenten sind die wo sie selber abonniert hat also denen sie folgt und da ist einer dazu gekommen das heißt jemand muss sich in ihr profil eingeloggt haben entweder sie selber oder jemand anders und muss einer person gefolgt sein und wir sehen auch dass sie auf instagram nicht wirklich gerade inaktiv war da ist ja tausend zu tausend und sechs beiträge auf instagram das ist nicht gerade wenig ich zum beispiel habe nur rund 50 bilder oder so auf instagram weil ich das einfach voll selten nutze und ja also sie hat es eigentlich hier regelmäßig genutzt es gibt aber noch eine andere theorie nämlich dass nicht sie hier einen neuen abonnenten hinzugefügt hat oder beziehungsweise dass nicht sie einer neuen person gefolgt ist sondern es gibt die methode die möglichkeit dass tiffany wenn sie nicht mehr lebt vor ihrem ableben jemandem gefolgt ist auf auf instagram und dieser dieses follow erst jetzt akzeptiert hat man kann ja ein instagram einstellen dass man erst eine anfrage bekommt und die akzeptieren muss bevor man jemand folgen kann und so gibt es die möglichkeit dass sie irgendeinem familienmitglied oder irgendeinen prominenten oder wem auch immer der das profil so eingestellt hat dass sie dem gefolgt ist aber jetzt erst die bestätigung kam dass er diesen follow akzeptiert hat und dann wird automatisch hier die zahl auf ein abonnent mehr hochgetan genauso habe ich gelesen dass auch die möglichkeit gibt dass dass jemand sein profil deaktiviert hatte auf instagram und wieder aktiviert hat dann wird er nämlich auch automatisch wieder dazu gezählt es ist also kein beleg dass sie am leben ist dass sie jetzt eine person mehr abonniert hat es ist aber auch kein beleg dass sie gestorben ist es ist einfach eine person mehr der sie folgt ob sie der person jetzt erst gefolgt ist ob die person das das abo erst jetzt akzeptiert hat oder ob jemand sein konto reaktiviert hat und dann wieder dazu gezählt wurde zu ihren abonnenten das bleibt offen das kann man hier nicht endgültig bestätigen und deswegen bleibt das thema tiffany dover mysterium es bleibt ein rätsel und ich werde es weiter verfolgen aber für mich wäre es keine verwunderung wenn sie nach dem schuss gestorben ist für mich wäre es aber auch keine verwunderung wenn sie einfach auf distanz geht und sagt ich habe keinen bock auf das ganze zeug aber es wäre trotzdem für mich ein sehr seltsames verhalten und ein verhalten das ich nicht nachvollziehen kann vor allem nicht vor allem nicht dann nachvollziehen kann wenn sie mit dem öffentlichen auftritt wo sie sich den schuss geben lassen hat werbung für den schuss machen wollte denn dann ist ihr verhalten was sie gerade eben macht absolut gegen den schuss und hilft ihm nicht also von dem her ist das verhalten für mich noch weniger nachvollziehbar da kann sich jetzt jeder seine eigene meinung machen das tut mir leid dass ich über fast 50 minuten hier geredet habe aber ich wollte euch einfach wirklich ein ausführliches update geben über das was gerade aktuell geschieht oder geschehen ist ich finde es jedenfalls sehr seltsam ja dass hier sie selber sich nicht meldet dass nur familienmitglieder sagen ihr geht es ihr geht es gut alles ist in ordnung aber sie selber meldet sich nicht hätte sie instagram davor auch nur sporadisch benutzt also wirklich so jeden jeden fünften monat mal ein bild hochgeladen dann könnte man sagen okay das ja das das ist ganz normal bei ihr aber da sie wirklich so alle zwei bis sechs tage oder alle zehn tage manchmal bilder hochgeladen hat ist halt wirklich seltsam dass seit dem 16 17 ja einfach kein lebenszeichen mehr kommt auch auf facebook nicht guten facebook kann sein dass es profil so eingestellt hat dass alle beiträge die sie postet nur noch freunde sehen können solche leute gibt es auch ich habe selber einige bekannte die meistens nur sachen posten die freunde sehen können und selten sachen öffentlich posten das gibt es natürlich aber trotzdem ist es seltsam dass hier keine reaktion kommt hey leute jetzt könnt ihr aufhören mir geht es gut alles in ordnung äußerst seltsam und das ganze wird noch seltsamer wenn man bedenkt dass angeblich sowohl tiffany als auch austin als auch rebecca als auch olivia wenn man bedenkt dass all die angeblich christen sind und ja auch in christlichen gemeinden sind und eigentlich wissen sollten was die bibel über lügen berichtet und dass man nicht lügen sollte und was gott über lügen sagt das macht das ganze noch seltsamer denn entweder lügen sie hier bewusst und handeln dann gegen gott also auch gegen ihren glauben wenn sie in facebook posten dass alles mit ihren ordnung ist und man sich keine sorgen machen soll ähm dann lügen sie entweder bewusst und handeln gegen gott oder sie sagen die wahrheit und die ganzen leute die behaupten sie äh sie ist tot äh spinnen sich einfach was zusammen aber dann bleibt halt weiter die frage offen die frage aller fragen warum verhält sie sich so warum lädt sie kein video hoch warum lädt sie kein foto mit aktuellem datum hoch und sagt leute mir geht's gut macht euch keine sorgen mehr warum lässt sie die leute im ungewissen warum lässt sie die leute sich noch mehr sorgen machen warum wendet sie sich an das krankenhaus anstatt sie selber auf facebook und instagram ein posting abgibt wo die leute sie bombardieren und sagt hey alles in ordnung lasst mich in ruhe macht euch keine sorgen warum muss das krankenhaus ausrichten dass ihr gut geht warum kann sie das nicht selber machen ist es ein normales verhalten ich hätte mich nicht so verhalten wer von euch hätte sich so verhalten und hätte seinem krankenhaus geschrieben anstatt sie selber ja an der quelle quasi ein posting abgegeben hätten und gesagt hätte nee mir geht's gut die fragen sollte sich jeder mal stellen warum verhält sie sich so es ist eine möglichkeit dass sie wie gesagt eine psychische störung hat ohne das beleidigen zu meinen wie gesagt ich möchte sie damit auch nicht beleidigen es ist eine möglichkeit dass sie eine belastungsstörung hat dass sie einfach sagt hey das wird mir zu viel und dann sich verkriecht in der ecke und sagt hey ich will damit nichts mehr zu tun haben aber damit muss man doch rechnen wenn man sich öffentlich im fernsehen den schuss geben lässt damit muss man doch rechnen dass man dann medial aufmerksamer wird natürlich hat sie vielleicht nicht damit gerechnet dass die leute ihr facebook profil herausfinden und ihr instagram profil aber wenn man halt tiffany dover heißt und das ist einfach relativ schnell herauszufinden was dann das profil ist wenn man den name von der person weiß und die dann auch noch ein instagram und facebook profil hat mit dem selben namen ist es relativ einfach dieses profil herauszufinden alles sehr seltsam wirklich äh sehr seltsamer fall und äh ja auch ihr verhalten wenn ich werbung machen will für den schuss dann äh ja dann dann melde ich mich doch bei den leuten dann dann lasse ich doch die leute nicht noch mehr sorgen machen damit sie noch mehr skepsis haben damit sie noch mehr ähm äh sich überlegen oh ist es wirklich gut oder soll ich mir den schuss geben lassen oder nicht ähm dann melde ich mich doch wenn ich wirklich werbung machen wollte und deshalb mich im fernsehen äh dahingestellt habe mir den schuss geben lassen ab ähm dann melde ich mich doch dann sage ich doch ihr leute alles bestens und das ist einfach das was äußerst seltsam ist und ja dazu jetzt auch noch das thema dass angeblich einige familienmitglieder gläubig sind ähm oder zumindest was mit dem christlichen glauben zu tun haben das macht das ganze noch suspekter denn entweder lügen hier die leute bewusst und handelt dann gegen gott obwohl einer angeblich ja sogar pastor ist ähm und wissen sollte was die bibel über lügen sagt und handelt dann äh bewusst gegen gott oder sie sagen die wahrheit und die ganze leute da draußen äh erfinden irgendwas aber dann bleibt trotzdem noch das seltsame verhalten von tiffany und ich habe lange überlegt aber ich selber ich kann mir das verhalten nicht erklären ich kann es mir nur erklären mit einer psychischen belastungsstörung die sie vielleicht hat ähm oder eben mit der tatsache dass sie nicht mehr am leben ist nur mit den zwei sachen kann ich mir erklären warum sie sich so verhält ansonsten macht es für mich absolut keinen sinn vor allem wie gesagt nicht in dem bezug dass sie ja mit dem öffentlichen auftritt angeblich den leuten zeigen wollte wie harmlos der schuss ist ähm und sich dann nicht mehr zu melden äh ist ja eigentlich gegen ihr vorhaben also wie gesagt ich rede jetzt hier um den heißen brei ich denke jeder weiß was ich meine und es ist für mich einfach sehr sehr seltsam ich werde hier nicht sagen sie ist tot denn die bibel sagt auch richtet nicht damit ihr selbst nicht gerichtet werdet deshalb werde ich jetzt hier nicht endgültig sagen dass sie tot ist ohne genaue belege zu haben ähm aber es ist jedenfalls sehr seltsam ich danke euch fürs zuschauen ähm ich wünsche allen einen schönen tag und gottes segen und äh wie gesagt macht euch eure eigenen gedanken forscht selber nach vielleicht hat der ein oder andere ja nochmals was rausgefunden was ich jetzt nicht entdeckt habe ich habe mir wirklich zeit genommen bin die einzelnen profile durchgegangen ähm das war alles was ich jetzt auf die schnelle herausfinden konnte ach ja übrigens auf dem profil von ihr von pin reset oder print reset kann und ich kenne die seite nicht ähm da soll sie angeblich auch aktiv sein und irgendwelche fotos hochladen ähm da habe ich gestern auch geschaut da war vor fünf tagen eine aktivität ob das jetzt die aktivität der website war oder von ihr selber das weiß ich nicht ich kenne mich bei der website wirklich zu wenig aus ich habe auch nicht nachvollziehen können ähm seit wann dieses pin reset profil besteht es gibt ja auch die möglichkeit dass irgend ein verrückter dieses profil erstellt hat der meint er macht sich damit cool indem er da quasi lebenszeichen von sich gibt und so und quasi dann den leuten zeigen welche guck mal tiffany lebt alles in ordnung ich weiß es nicht ich habe dann nirgends eine einstellung gefunden oder ich konnte auch nicht ihr profil anklicken ich habe mich zwar selber da registriert es gab auch mehrere tiffany dovers es gab viele profile wo sich tiffany dover nennen bei dem tiffany dover profil wo ich gefunden habe da hatte sie ein familienbild drin mit ihren kindern glaubt wo sie auf einer wiese sitzt das auch in facebook glaubt zu sehen ist sie folgt zwei leuten die dover heißen einer dieser personen nämlich natalie dover wahrscheinlich ihre tochter die folgt ihr auf pin reset zurück also die folgen sich gegenseitig ansonsten folgt sie da keinem keine dover person wahrscheinlich hat auch nicht jede dover person ein print oder pin reset profil also wirklich sehr sehr seltsam ich kann wie gesagt zu der website wenig sagen da ich da nie angemeldet war oder ich war mal kurzzeitig glaube angemeldet aber ja ich benutze die seite nicht deswegen kann ich auch nicht sagen ob da vielleicht auch andere menschen in ihrer familie aktiv sein können fotos hochladen die dann quasi als aktivität von ihr gelistet werden das kann ich so jetzt nicht sagen da fehlt mir der zusammenhang gut ich danke fürs zuschauen wie gesagt ich wünsche jeden einen schönen tag und gottes segen dankeschön dankeschön